Ich bin Xenia, 19 Jahre alt. Ich bin Laura, 20 Jahre alt. Zusammen haben wir schon seit Sommer 2015 das Duo On Point. Musik Wir haben mittlerweile schon einiges auf die Beine gestellt, dass ich mich selber frage, okay, jetzt kommt ein neues Projekt. Sind die Leute damit zufrieden? Erweicht man deren Erwartungen? Oder fällt man durch? Es ist trotzdem immer wieder spannend, das Neue zu tun. Man weiß nie genau, wie kommt die Choreo an und man macht sich Sorgen. Da ist es ziemlich gut, eine zweite Person dazu haben, die dann irgendwie supportet. Musik Also ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Showcase, einfach weil wir jetzt mittlerweile so eine Familie geworden sind, dass ich nicht denke, wir sind jetzt mal im Training und wir müssen jetzt voll durch. Sondern man chillt mit seiner Familie, lacht zusammen. Irgendwas schweißt uns gerade so zusammen, dass ich mich so wahnsinnig auf den Showcase freue. Musik Genau, Punkt aus Ende. Und dann könnt ihr uns beim Showcase 2018 sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Ja.